Ja, hallo und herzlich willkommen wieder mal bei OpenTransport Algon. Wir waren ja hier bei Gera stehen geblieben in der letzten Folge und ich werde das heute so machen. Ich habe in der letzten Folge erzählt, es gibt ja dieses Speicherproblem hier mit dieser Aufnahmesoftware und ich werde einfach zwei Folgen mit zehn Minuten jetzt aufnehmen und die unmittelbar hintereinander rendern. So dass wir auch ein bisschen zu Potte kommen und nicht immer nur so kurze Folgen. Hier haben an der Stelle. Das ist sicher auch für euch ganz nett. Wir bauen jetzt erstmal hier noch eine Buslinie aus Münster. Eine neue Ölraffenerie wird gebaut. Das interessiert uns jetzt weniger. Und da wird nochmal eine neue Raffenerie gebaut. Und dann kann der Bus nachher aus Münster jetzt fahren. Hier sind die Gegner. Können wir da was nutzen? Nein, leider nicht. Wo waren wir denn zuletzt stehen geblieben? Oh, die Gegner haben schon den ersten Flughafen gebaut. Das ist aber mutig. Das ist sogar sehr mutig. Und wir müssen einfach mal schauen, dass wir hier den Anschluss nicht verlieren. Ne, das lohnt sie sich noch nicht. Das heißt, wir müssen mal massiv hier ausbauen. Ihr wisst schon. Achso, hier sind schon die Gegner. Wir machen die Gegner eigentlich viel plus. Ja. Aber uns stehen hier dann noch zahlreiche Möglichkeiten offen, die Gegner ein wenig zu manipulieren. Sag ich mal so. Und ich denke, das werden wir dann bestimmt auch nützen. Aber zuvor bauen wir uns erstmal hier. Nein, das war falsch. Erstmal hier die Kohlstrecke. Da ist ein Ort namens Waldwald. Das ist ja auch mal interessant. Ne, ich glaube, das reicht nicht ganz. Jetzt einfach hier so quer hoch. Bauen. Hoch. Oh Gott, das macht jetzt nichts. Da müssen wir hier das Land noch etwas... Plätten. So, okay. Jetzt können wir den Zug fahren lassen. Mit Cola. Mal schauen, ob es dann irgendwann mal... Cola-Waggons gibt, die etwas schneller fahren können. Müsste es eigentlich auch geben. Das wäre dann nämlich deutlich sinnvoller. Oh, jetzt. Ja, genau so. Oh, hier sehe ich mir eine Möglichkeit getreiben, Viehzeug zu transportieren. Auf einer kurzen Strecke. Ich denke, wir sollten jetzt einfach mal für den Anfang jedes mitnehmen. Was wir mitnehmen können. Das Ziel soll es ja irgendwann mal sein, die Gegner aufzukaufen. Und da ist das nicht verkehrt, wenn wir hier jetzt ein bisschen Gas geben. Und wieder mal einen kleinen Viehtransporter. Und ein bisschen Getreide. Ups. Die können wir jetzt zum Glück alle einzeln umrüsten. Ne. Wie ging denn das hier? Machen wir erst mal die. Auf Getreide. Und jetzt die hier. Ich will bloß die haben. Na gut, dann machen wir das halt einzeln. Wenn es nicht anders geht. So, jetzt müsste das eigentlich passen. Wir gucken lieber nochmal nach. Ach, was mache ich denn hier schon wieder? Vieh und Getreide. Ja, das passt. Und das schicken wir jetzt hier hin. Und dann ab dafür. Und jetzt hier war ja noch eh ein Bauernhof gewesen. Den werden wir auch gleich noch anbinden. Nehmen wir hier zwei oder nehmen wir hier eh einen? Ich glaube, wir können ja einfach einen Zweier nehmen. Ich sag mal so, die Distanz gibt das her. So, wenn ich den mal bauen mache. So, na gut. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig hier gemacht. Ich glaube, das wird nicht so genau... Verzeihung. Ich glaube, das wird nicht direkt gehen hier. Da müssen wir einen kleinen Umweg bauen, weil die Züge können ja keine 90 Grad Kurven fahren. Das hatte ich ja so eingestellt gehabt. Damit es ein bisschen realistischer ist. Aber na gut, wir werden einfach sehen, ob das hier klappt. Und wenn nicht, dann müssen wir einfach nochmal umbauen. So, jetzt schieben wir das hier runter. Und jetzt bauen wir einfach hier so quer rüber. Und dann müssen wir einfach hier nördlich von dem Bauernhof ankommen. So ungefähr. Das wird sich ausgehen. Was mir aber nicht so gefällt. Wir können eigentlich das hier gleich mal so platt machen. So, jetzt hier ran. Ja, das passt perfekt. Sehr gut. Sehr erfreulich. So, und jetzt müssen wir noch hier das verbinden. Dann nutzen wir das einfach gleich mal so hier. Und jetzt müssen wir noch die Signale aufstellen. So, genau. Hier hinten auch. So, das müsste eigentlich funktionieren. Wieder ein Jahr vorbei und wir haben doch schon sehr gut gewirtschaftet hier. Also, es kann nur besser werden. Würde ich einfach mal sagen. Der Ertrag von Fahrzeug 16 lag im letzten Jahr. Ach, da müssen wir gleich mal gucken, was da los ist. Oh, das war falsch rum. Mist, jetzt habe ich ja Mist gebaut. Jetzt habe ich ja Mist gebaut. Okay, wir müssen jetzt hier das nochmal neu bauen. Sind das hier schon Signale? Ich glaube nicht. Das sieht man gerade in den diagonalen Schienen nicht so gut. Ja, die Einwohner von Fürstenmünster, die werden dann leider ein bisschen Bahnverkehr vorm Haus haben. Aber naja. Mir doch egal. Doch, das stimmt schon. Vieh dran. Achso, für ein Vieh können wir eine schnelleren Lok nehmen. Für ein Vieh-Transport. Das war ja so, stimmt. Ach, Quatsch. Kann ich den hier nicht umrüsten? Ne, ich bin im falschen Zug. Den hier muss ich nehmen. Und umrüsten auf Viehzeug. Hört wieder das Signal dort falsch? Ne, das sah nur so aus. So, und jetzt ab dafür. Zug 23 hat so wenig Aufträge. Achso, das ist der jetzt, den wir hier noch bauen. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Getreide hier. Umrüsten auf Getreide. Und dann... Nein, doch. Ja, und zack. Weg damit. Ach, hier ist noch ein Flughafen von den Gegnern. Aha. Wie viele Flughäfen haben die denn schon? Zwölf Flugzeuge. Die machen einen Haufen Kohle. Warten eigentlich Mehrwert. Noch haben wir ein bisschen Mehrwert. Aber wir müssen darauf achten, dass wir uns diesen Vorteil jetzt ja nicht verbauen, sag ich mal. Aber wo ist denn, wo war denn die Stelle mit den zwei Städten, mit den Mehrfangstädten, die zusammen wachsen sollten? Ne, da war es nicht. Das war es auch nicht. Na, wir zahlen erst mal Schulden zurück. Na, das ist wieder schon fast schuldenvoll. Erlang nach Ingolsberg, ich denke. Die reißen wir uns unter Magel. Bevor das die Gegner tun. Huch, das Geld reicht dafür nicht ganz. Ah, Mist. Ich habe einen daneben. Na gut. Hier oben ist noch Kiesbrück. So, Passagiertransport. Fernverkehr 160. Gibt es da eine Lok, die das irgendwie schafft? Bestimmt teuer, ne? Das ist alles noch so teuer. Und dann nehmen wir wieder mal hier diese billige 80. Für den Fernverkehr. Und dann noch einen Postwagen dran und so. Und ab dafür. Hier gibt es aber auch sehr viel Erz. Aber die passenden Fabriken dazu leider nicht. Aber wo war jetzt diese Stelle, wo wir diese Städte-Fusion haben wollten? Hier war das doch. Gut, hier ein Flughafen in die Mitte. Das reicht leider noch nicht so ganz. Dresden nach Magdeburg an der Elbe. Hier ist das jetzt mal Zufall. Das Magdeburg liegt ja bekanntermaßen tatsächlich an der Elbe. Aber ja, würde ich sagen. Dresden liegt ja auch an der Elbe. Das ist das Dynamo-Stadion hier. Das heißt ja jetzt interessanterweise Glücksgas-Stadion. Gefällt mir jetzt nicht so der Name. Der ist ein bisschen, ich sag mal, naja, nicht so gut. Aber gut, wenn der Sponsor das so will, dann ist das halt so. Und es ist auch eine Frage des Geldes, weil Dynamo hat ja wirklich jeden Cent, sag ich mal, dringend nötig. Und wenn es dann einen Sponsor gibt, der sich dafür einsetzt, dann meinetwegen. Ingolsmünster hat immer noch hier diese kleine Stadt. Da kommt mir doch gerade eine Idee. Wir binden das hier an, bauen uns ein kleines Fernbusnetz. Und nutzen da ganz dreist das Straßennetz der Gegner. Wenn die schon meins mitbenutzen, dann geben die mal keine Genehmigung, hier eine Bushaltestelle zu bauen. Ihr habt einfach Pech gehabt. Dann bauen wir hier nach Oranienbrück einfach. Wenn ihr nicht wollt, dann... Später kann man dann auch, wenn man genug Geld hat, die Stadtverwaltung bestechen, sodass man dann diese Firmenbewertung dann besser wird. Und man dann da trotzdem bauen kann. Denn wenn man eine schlechte Firmenbewertung hat, dann kriegt man auch keine Genehmigung, dort was zu bauen. Und diese Firmen, diese Bewertung, die verschlechtert sich zum Beispiel, indem man Bäume abreißt oder, ich sag mal, viel Landschaft verwüstet. Und das finden die Städte dann nicht so prickelnd, sag ich mal. Daher sollte man das möglichst vermeiden, dass man hier alles einreißt. So, wir bauen jetzt hier ein verstärktes Flugzeug hoch. Wir bauen jetzt hier noch ein paar kleine Buslinien. Zahlen unsere Schulden jetzt komplett zurück. Fahrzeug 25 hat sich verirrt. Hä? Wirklich? Oh. Jetzt. So, wo waren wir denn jetzt eben gewesen? Ach, hier bei Essen, na ja. Genau. Nee, hier waren wir doch gewesen, richtig. So, hier bauen wir uns jetzt auch noch eine Linie hin. Immer schön die Station in die Nähe des Stadtzentrums bauen. Na, das geht hier bei Frankberg. Na doch. Geht's auch schon so ganz. Soviel dazu. Und ja, das war jetzt unsere letzte Handlung. Der Bus fährt raus nach Frankenberg und dann zurück nach Nordheim und immer so weiter. Und ich sag einfach mal, ich verabschiede mich bei euch und sage Tschüss. Auf Wiedersehen bis zur nächsten Folge. Soviel. Ja.